Die Finne ist ein, je nach der finnischen, bis 370,1 Meter Ü. NH in hoher und bis etwa 23 Kilometer langer Höhenzug im Burgenlandkreis und im Landkreis Sömerder in Deutschland. Namensursprung Der in seiner Bedeutung nicht geklärte Name des Höhenzugs wurde 1142 als Finne und 1168 inna erwähnt. Die Ableitung von Sumpf und eine Übernahme vom Namen des Finnbergs sind möglich. Geografie Die Finne, teilweise im Naturpark Saale-Unstruth-Triasland gelegen, begrenzt zusammen mit den Höhenzügen Schmücke im West-Nordwesten. Hohe Schrecke im Nordwesten und der jenseits beider gelegenen Heinleite den nordöstlichen Teil des Thüringer Beckens. Sie liegt etwa zwischen Burgwänden im Nordwesten, Bilroda, dem etwas entfernten Bad Bibra und Wirroda im Nordosten, Rastenberg und Bachra im Südwesten und erstreckt sich aus Richtung Nordwesten über Eckartsberger bis nach Bad Sulzer an der Ilm im Südosten. Unweit nordöstlich der Finne fließt der Saale zu Fluss und Struth. An der Finne liegt direkt östlich von Bachra ein Rückhaltebecken und ost-südöstlich Rastenbergs befinden sich im Wald mehrere Teiche. Die ineinander übergehenden Höhenzüge Finne und Schmücke minus zwischen Bad Sulzer im Südosten und Heldrungen im Nordwesten minus sind zusammen knapp 40 Kilometer lang. Und die rund 23 Kilometer lange Finne ist mit ihren Ausläufern maximal rund 12 Kilometer breit. Die Finne geht nach West-Nordwesten in die Schmücke und nach Nordwesten in die Hohe Schrecke über. Früher wurde sie als der Kernhöhenzug angesehen, der sich in etwa jenseits der Linie Burgwenden-Langenroda in die anderen beiden aufspaltet, wodurch ihr höchster Berg der 370,1 Meter hohe Wetzel sein wäre und ihre Fläche etwa 140 Quadratkilometer betrüge. Heute liegen jedoch die bewaldeten Teile der Rumpfhochfläche im Naturschutzgebiet hohe Schrecke, weshalb sie auf Karten meistens jenem Teilhöhenzug zugerechnet werden. Hierdurch verringerte sich die Fläche der Finne erheblich. Prinzipiell verläuft der Übergang der Bund-Sandstein-Rumpffläche zur hohen Schrecke fließend und stellt keine naturräumliche oder geologische Grenze. Da signifikant sind lediglich die Grenze zum Schmalen. Zur Finne gezählten Finnberggrad im Südwesten und zur Schmücke nach West-Nordwesten in beiden steht primär Muschelkalk an. Naturräumlich betrachtet gehört die Finne im unteren Unstrutberg und Hügelland als Teil der Bund-Sandstein-Hügelländer zum Naturraum hohe Schrecke-Schmücke-Finne. Zu den Erhebungen der Finne gehören mit Höhe in Meter über Normalhöhe 0. Für diese und weitere Erhebungen siehe Absatz Finne des Artikels Liste der Berge in Thüringen-Seeligen-Bornsberg. Im Übergangsbereich zur Hohenschrecke, nordöstlich von Losa, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt. Erbsland im Übergangsbereich zur Hohenschrecke, bei Ostramondra, Landkreis Sömerda, Thüringen. Querikberg, südwestlich von Losa, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt. Finnberg bei Burgwenden, Landkreis Sömerda, Thüringen. Wolfsanger, südlich von Wohlmörstedt, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Namenloser Berg. Südlich von Braunsroda, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt. Mühlberg, nördlich von Rastenberg, Landkreis Sömerda, Thüringen. Schlossberg in, bei Eckhardsberger, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt. Schutzgebiete. Je nach Definition, wenn man die Hohenschrecke mit zur Finne zählt, wurden Teile der Finne 2004 Teil des Naturschutzgebiets Hohenschrecke ausgewiesen, das 34,593 Quadratkilometer Fläche groß ist. Das Gebiet wurde als Bestandteil des Fauna-Flora-Habitatgebiets Hoheschreckefinne an die Europäische Kommission gemeldet. Flächenmäßig deckungsgleich mit dem FFH-Gebiet ist das Vogelschutzgebiet Hoheschreckefinne. Verkehr. Durch die Finne führen die Bundesstraßen 176 und 87, wobei von letzterer in Eckhardsberger die Bundesstraße 250 nach Norden abzweigt. Von diesen Straßen zweigen mehrere Landes- und Kreisstraßen ab, die durch die Finne verlaufen. Der Finne-Tunnel der Eisenbahn-Neubaustrecke Erfurt-Leipzig-Halle unterquert die Finne auf 6970 Meter Länge. Früher verlief bei Rotenberka die Finne-Bahn etwa in Ost-West-Richtung durch die Landschaft. Vorbei an den äußeren Südost-Ausläufern der Finne führt die Pfefferminzbahn. Von der beim dortigen Bad Solz A2 außerhalb der Finne verlaufende Bahnstrecken abzweigen.